so dann machen wir hier mal ganz spritzig und ganz schnell sauber weiter so fässer zwei von fünf will so ein scheiß älter hallo erwischt naja da sind überall so ne hängenden fässer oder steckkehner da oben ist einer drei von fünf 4 ah riskieren wir total na komm ran na ich will hier nicht zu suchen oh komm her, alter ran na, ran na oh einer weniger schmerz oh verpisst die oh der dick knarre da war ja knapp oder na hier ist noch einer glück 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 gehabt fast trophäen so warte mal wir werden mal steht da hinten eh dabei da sind noch ein paar fässer vier von fünf koffer dass wir noch in hinkriegen bevor wir das scheiß labor erreichen dass wir so ein riesen affe oh komm die haben aber alle nur messer wer sagt ihr kommt alle ran erledigt die werden wir noch plündern bühnen und den noch ja noch komm schon da kommt schon wir brauchen noch ein ein fast kill hier ich schütze dich auf machte doch Na komm, komm, schlau zu Na komm, du doch selber Oh, die Sau Na komm, nerv mich nicht, Alter Boah, Alter Ach, die hat halt gute Laune, ey So, sind hier noch ein paar Fässer irgendwo Na, ist da belastend, ey, scheiße Keine Fässer mehr, ey Oh, verdammt, ey Ne, schade, ey Na, hat ja mal, wir sind auf falsche Richtung gelatscht, ey Ach, scheiße Wollt schon sagen Ach, komm, warte mal, komm Kannst du da hinspringen, wunderbar Hm Das ist ja blöd Hey, warte mal, komm, du dich Ich hätte noch einen Kill gebraucht, ey, verdammt Ach komm, Alter, nerv mich nicht, Alter Ach, scheiß, so viel Fässer, ey Oh, kommt her, hier Macht mich stolz, Freunde Oh, verdammt Ah, wisst ihr was, Alter, ey, scheiß auf den Kill, ey Diese scheiß Fässer, hier ist doch weiter nichts mehr Äh, nichts, was ich sehe Äh, doch, da wären aber die Wesen, ey Ach, naja, egal Scheiß drauf, ey Ah, geh mal hier runter, du geile Sau Oh 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 ein geheimnis laboratorium sie mal an vielleicht kann ich doch bei diesem fahrer behilflich sein ja vielleicht na komm verlohn Scheiße, da komm ich gar nicht hin, hohohoho. So, aber hier kommen wir durch. Die nehmen wir noch mit. Ach, Rauchbombe, ey. Was soll ich mit dem Quatsch, ey? Bombe werfen? Ach nee, muss halt nicht sein. Äh, 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 äh. Ach, so. Mach mal jetzt so. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Ja, ja, ist klar. Ich muss das geheime Labor. Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Äh, und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Na. Toll. Ha. Sehr, sehr. Amüsant. Jo, dann machen wir hier mal Schluss und machen dann in der nächsten Runde weiter. Warte rein. Jo, dann. Vielen Dank.